Willkommen bei Super Mario Bros. You, mein Name ist Danny Jeston, Rotation im Geisterhaus. Schon wieder ein Geisterhaus, das darf natürlich nicht fehlen. Ich glaube, das ist das vierte oder mittlerweile so, ne, irgendwas. Und ich finde die Geisterhäuser hier sehr cool, einfach weil sie sich immer und immer wieder unterscheiden. Und ich schätze mal, auch das müsste dann das schwerste von allen sein, bin ich mir ziemlich sicher. Hier haben wir eine Feuerblume. Ich bin mir sehr sicher, dass es auch sehr, sehr kompliziert sein wird. Aber es stört mich nicht unbedingt. Vollkommen in Ordnung. Geisterhäuser sollen ja auch schwer sein. Ansonsten, oh Gott, ach so, diese Behindertenbuche. Ne, ich schaue sie an, aber die hören nicht auf, sich zu bewegen. Ich gehe einfach mal weiter, gehe nicht durch die Tür. Weil ich glaube, dass sich dort ein Starcombefindet oder so. So, gib mir das. Eine Feuerblume. Hallo, nein, gib sie mir. Okay, was passiert, wenn ich noch weitergehe? Aber das hört hier auf, scheiße. Geht rein, geht rein. Oh, wir haben es noch geschafft, da reinzugehen. Okay, mal sehen, ob wir da rein müssen. Ne, wir kommen wieder hier raus. Und das ist diesmal versperrt, okay. Da kommen wir also nicht nochmal rein. Scheiße, ich meine, Mist. Oh, okay, so kommen wir hier rein. Ist aber nur eine Fake-Tür. So, können wir hier nach links oder nach rechts? Nach rechts können wir... Oh, hier gibt es... Okay, das will ich nicht... Ich gehe jetzt mal hier rein. Mich würde interessieren, was passiert, wenn ich in die erste Tür gleich reingehe. Ja, hier befindet sich die erste Starcoin auf jeden Fall. Ist aber auch ziemlich eindeutig, denke ich. Mach das hier auf, mach das hier auf. Ach, verdammt. Da ist die erste Starcoin. Komm her, komm her. Sehr gut gemacht. Du Opfer. So, das war die erste Starcoin. Aber, ja, hier ist... Was das erste hier ist, ist relativ. Man weiß nie, was das erste hier ist. Aber ich hoffe mal, das war jetzt wirklich die erste. So, okay. Äh, das war Fake, ne? Ne, das war... Achso, wir kommen... Oh, nein. Hier war ich ja schon drin. Ich bin nur von unten wieder rausgekommen. Verdammt. Na, jetzt kann ich wenigstens sehen, was hier drin ist. Nur ein paar Münzen. So. Diese Teile greifen mich also nur an, wenn ich auf derselben Ebene wie die bin. Sehr interessant zu wissen. Oh, da haben wir einen One-Up. Okay. So. Da würde ich mal ganz ehrlich, ganz gerne durch die Tür gehen. Vielen Dank. Ja, One-Ups brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja schon 99. Und jetzt wissen wir schon, da waren wir im Sinne. Da müssen wir nicht nochmal sein. Ähm... Hier geht's nicht hoch. Auch nicht. Nach rechts müsste es gehen. Ja, das geht... Ach, verdammt. Hä? Verstehe ich nicht. Okay, alles ist geschlossen. Wir müssen also hier sein. Wir müssen also da sein. So, mal sehen, ob es hier irgendwas gibt. Oh. Ach, diese Dinger schon wieder. Na, super. Ja, was ist das? Was sind diese drogenabhängigen Blöcke, die auf einen zugeflogen kommen? Die jetzt nicht unbedingt eine Gefahr darstellen, aber... Man sollte es trotzdem... Man sollte trotzdem wissen, was sie alle so machen. Und was sie drauf haben können. Hier noch eine Feuerblume. Ja, man kann leider die Geister nicht töten. Also die... sind unverwundbar quasi. Untötbar. Ich glaube, ich hätte nach rechts springen können. Ich hätte es versuchen müssen. Verdammt. Hat sich auch was verändert hier? Doch, jetzt kann ich hier durch. Und hier nach unten. Sehr interessant. Okay. Ich würde mal gerne... Ah, jetzt ist es verschwunden. Verdammt. Mist. Das ist echt mysteriös. Ich weiß nicht, wie es hier... Genau. Alles wird gut. Da sind Münzen auf der rechten Seite. Deswegen würde ich ganz ehrlich sagen. Jetzt sind die auf der linken Seite. Man, getroffen. So, spring, spring. Schneller, schneller, schneller. Das ist der Sternmünze. Nein. Jetzt ist es auf die linken Seite. Oh, verdammt. Ach, fick. Ach, scheiß drauf. Ich muss sie bekommen. Ich wurde ver... Ich wurde sowas von verarscht gerade. Ich wurde gerade sowas von verarscht. Verdammt. Ah, Mann. Okay, gib mir irgendein... Ja, gib mir das. Ich habe so viele Sterne da. Irgendwie nerven die da. Die sollen auch von da zu sein, Mann. Diese ganzen Sterne nerven nur. Den ganzen Tag, Mann. Gut, wo war die erste Starry noch mal? Ich glaube, die war... Die war links, glaube ich. Ich glaube, die war links. Ich kann mich aber auch nicht mehr so perfekt erinnern. Um ganz ehrlich zu sein. Oder war sie rechts? Ich weiß es nicht mehr. Wenn wir hier reingehen, dann verändert sich alles. Aber was passiert, wenn wir durch die erste Tür gleich gehen? Okay, die erste Tür ist fake. So oder so. Ja, das hätte ich wissen müssen, natürlich. War hier aber auch eindeutig irgendwie. Aufpassen. So, sein geht's. Geh sein, geh sein, geh sein. Puh, hätte ich es nicht mehr geschafft, da reinzugehen, wäre ich ziemlich am Arsch. Und jetzt hat sich alles verändert. Auf einmal sind diese komischen Wände hier und so. Was ziemlich, ziemlich merkwürdig ist. Ich habe immer noch nicht die Starcoin. Gut, ich gehe erst mal hier rein. Hier war die Starcoin. Hier war sie auf jeden Fall. Dann wollen wir mal sehen, ob wir sie nochmal bekommen können. Ja. Sie war auf der rechten Seite. Aber wir können durchwarten, weil man sieht sie ja. Ich finde es viel cooler, wenn die hier in dieser Box wären. So, warten wir, warten wir, warten wir, warten. Oh Mann. Nein. Scheiße. Ich muss ja nochmal rein. Verdammt. Ich habe die Starcoin nicht bekommen. Mann. Oh, das ärgert mich gerade. Das ärgert mich. Nee, ich hätte sie noch bekommen können. Hätte ich mich noch klein gemacht. Ich gehe da nochmal rein. Stimmt, ich kann nochmal reingehen. Also ist es nicht so das Problem. Ich muss sagen, jetzt wo ich mit der Geisterhäuser gespielt habe, muss ich sagen, dass es doch ganz cool ist eigentlich so. Also es macht Spaß zu spielen, weil sie einfach... Ja, sie machen einfach Spaß. Nice. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Geht doch. So. So, vielen Dank für deine Hilfe. Dann sieht man sich hoffentlich nie wieder. Ich finde die Gegner eigentlich ganz witzig. Die laufen einen einfach so hinterher. Dabei hat man denen gar nichts getan, meine Güte. So. Die zweite Starcoin. Da, wo die ist, wissen wir ja auch. Glaube ich. Habt ihr jetzt schon irgendwie wieder vergessen. Scheiße. Ja, ich wollte hier gucken, ob... Ja, und hier gibt es etwas. Ich wusste es. Es war eindeutig. Und da hinten gibt es auch etwas wahrscheinlich. Ja, das war eine Feuerblume. Das weiß ich. So, gib mir die Feuerblume. Vielen Dank. So. So, dann geht's. Und die Starcoin... Warte, wir haben sie ja nicht bekommen. Ah ja, die hat mich ja verarscht. Genau, ich weiß, wo die Starcoin ist. Gut, hier ist sie auf jeden Fall. Die hat mich auf den Arm genommen. Dieses Mal wollen wir uns nicht verarschen lassen. So, ich hätte es wissen müssen, diese Münzen. Ah, Mann. Perfekt. Nein, nicht perfekt. Wer, die Starcoin geht jetzt wieder nach links. Oh nein. Gut. Oh mein Gott. Ich gehe mal lieber in die Mitte. Da rechts würde ich auch nochmal reingehen. Ganz gerne eigentlich. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Oh, ein Hoh-Up. Ja, das ist nice. Fühle ich mich schon viel sicherer. So, rein geht's. Puh, einmal tief durchatmen. Puh, Puh. Sehr, sehr krass, meine Freunde. Sehr, sehr krass. Gut, geht's hier runter? Ne, geht's leider. Oh doch, es geht runter. So, dann gehen wir mal hier rein. Hier waren wir nämlich noch nicht drin. Hier müsste sich eigentlich die dritte Starcoin befinden. Oh Mann. Wieder ein Fakeblock. Oh, ich wurde mir sogar getroffen. Ach, du Scheiße. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die Party beginnt. Oh Gott. Diese Geisterlevel. Meine Güte. Meine Güte. Gib mir die Starcoin. Vielen Dank. So, jetzt haben wir wieder alle beiden Starcoins. Sind relativ groß. Naja, eigentlich nicht. Gleich sind wir wieder groß. Nachdem wir diesen Block hier aktivieren. Hallo. Mann. Das dauert immer so lange. Zum Glück wippt diese Plattform hier nur und geht nicht wieder nach unten. Sonst hätte ich nur eine bestimmte Zeit. Das wäre nicht so schön. So. Gut. Wir sind wieder hier. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah, jetzt können wir, ich glaube. Hier waren wir auch schon. Hier können wir nicht. Vielleicht gibt's hier irgendwie ein Versteck hier so. Wo man hier... Ne. Anscheinend nicht. Na, 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 na. Hä, wo geht's denn bitte lang? Hier vielleicht? Ne, da geht's nicht lang. Ah, hier ist der Zappel. Genau. Okay. Hier geht's auch noch weiter. Ich geb's leider keine Zappel mehr. Gut, wir müssen hier rein, ja. Sicher, dass es hier nix gibt, irgendwie. Kann ich das Teil mitnehmen? Kann ich mitnehmen? Oh! Oh! Das muss das Secret Exit sein, glaube ich. Ja, ist es auch. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich hab mir vorgestellt, dass es hier irgendwie eine letzte Starcoin gibt oder sowas. Da unten gibt es was. Nein, 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 nein. Ja. Nice. Perfekt. Halt es euch Starcoins gefunden. Oh nein, die Zeit wird knapp. Also das war jetzt Zufall, weil ich dachte mir, hä? P-Switch konnte nicht, ich meine nicht P-Switch, sondern das konnte ich alles so aufheben oder nicht? Und dann war es wirklich so, dass ich das aufheben konnte. Ja, gut. Ich glaub, das war der Secret Exit. Wir müssen das Level nochmal so beenden. Ja, das war der Secret Exit. Oder haben wir das Level jetzt zu einer bestimmten Zeit erreicht? Doch, ich glaube, die Spitze der Flagge, äh, der, der, der Stange ist rot. Ich glaube, das bedeutet, dass es ein Secret Exit ist. Weil, diese, diese Ausgang war schon ziemlich schwer eigentlich. Das war jetzt wirklich nur Zufall. Aber war irgendwie eindeutig. Wenn man, wenn man bedenkt, dass man das Teil bewegen kann. Jetzt sehen wir, und ja, das war, das war der Secret Exit. Das ist eine Abkürzung. So kann man das Level einfach komplett abkürzen. Ja, ja, noch ein Stern, ich bin jetzt happy, man. Gut, dann beende ich das Level nochmal ganz normal. So, jetzt bin ich wieder bei diesem Kreis hier ziemlich, ziemlich gechillt, weil wir hier in der Mitte bleiben können und es nicht mehr verarschen lassen können. Also, das war schon unfetter, also davor, als ich das noch nicht wusste. Dass sie auf einmal auf die andere Seite geht. Ziemlich, ziemlich unfair, aber gut. Das haben wir eigentlich gleich geschafft. Hoffe ich zumindest, dass wir dem, ähm, Originalen am Ausgang, Originalen im Ausgang so, nah, näher kommen. Ich glaube, das müsste er sein. Ähm, man denkt jetzt, also man denkt gar nicht daran, dass es noch weiter geht, aber ich habe jetzt mal logisch gedacht. Oh ja, diese Stelle, die ist geil, Mann. Da freue ich mich natürlich. Ähm, ein kleiner Tipp hier, wenn ich das so bedenke, einfach nicht hier springen. Springen macht hier alles irgendwie kaputt. Ah ja, einfach nicht hier springen, genau. Das ist es. So extrem simpler Tipps, einfach nicht springen, Punkt. Mehr ist es gar nicht. Die nächste Starcoin werden wir eh nicht mehr wiederfinden. Deswegen ist es vollkommen egal gerade. Die Münzen sind eigentlich auch egal. Ich meine, ich habe irgendwie gerade alles. Ich bin groß. Ich, äh, habe 99 Leben. Ich habe alle drei Star. Ich habe alles. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern, um null. Einfach alles. So. Verarschen könnt ihr wen anders. Und Level beendet. War ein sehr cooles Geisterhaus. War wirklich sehr cool gemacht. Fand ich auch bis jetzt ich glaube, das beste Geisterhaus. War am spaßigsten, muss ich sagen. Dieser Regenbogen ist eine ganz normale Abkürzung zum letzten, ähm, Sohn Bowsers. Aber diese Abkürzung werden wir nicht benutzen. Ich sehe einfach keiner gesund dazu. Okay, einen Moment. Das führt hier... Oh nein, ich habe nicht darauf geachtet. Moment, kann ich das normal machen? Okay, ich weiß, wo wir reingehen. So, hier gerade aus, fertig. Ja, was denn? Was? Äh, ich nehme das auf. Ähm, ja, ich nehme das auf. Ich kann da jetzt nicht hingehen. So, machen wir das nächste Level. Springwolken und Bumerangbrüder. Und ich gehe doch kurz hin. weiter geht's in Springwolken und Bumerangbrüder. So, mal sehen, was uns hier erwartet. Ich bin sehr gespannt. Papapapapapapapa. Ja, ja, Eltern zu haben ist echt stressig. Ich glaube, das kennen wir alle. Okay, ich glaube, wir müssen auf den Typen springen. Nein. Ah, Mann. Ja, er lebt wieder. Oh mein Gott, er lebt wieder. Er lebt. Nein, ich komme da nicht hoch. Hallo. Ah, Mann, das nervt gerade. Ich frage mich, ob ich, ah, Mann. Ich bräuchte sowas wie eine Eichel. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, auf diesem Ding kann ich auch mal wieder ausspringen. Und das ist eine Eisblume, verdammt. Das war mal ehrlich sein, nicht das, was ich gesucht habe. Ich glaube, ich kann hier rein. Ich glaube, es gab gleich am Anfang, ähm, die Starcoin. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Und das macht ultra mega Spaß, auf diesen Dingern zu hüpfen. Ich liebe schon voll hoch zu hüpfen. Ne, macht wirklich Spaß. Hoppa, hoppa, hoppa. Ich glaube, hier gibt es, gibt es irgendwas, das kann ich mir vorstellen. So, nope, gibt es nicht, alles klar. Der Bumba ist nach drunter geflogen. Oh nein, oh mein Gott. Ach, du scheiße, Bumba, das sind, ich glaube, einer der Schlimmsten. Ja, natürlich doch, alles wird gut. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, rechts gibt es hier irgendwas. Ja, one up. Na gut, lassen wir es erstmal, brauchen wir eigentlich nicht. Na, ich weiß nicht, was ich da machen wollte. Ich wollte aber unbedingt rechts an die Wand, weil ich das Gefühl habe, da gab es etwas. Sagen wir bitte, ich habe einen Panuki oder so. Mini-Pilz, müsste eigentlich auch gehen. und ein, okay, ich wollte da einen Stern nehmen, aber gut. So, ja, ah man, so, komm her, hui, das ist toll, ja, ja, was, was, es gibt nur einen Pils, wow. Irgendwie ein bisschen enttäuschend, gerade. Sehr enttäuschend, sogar. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. So enttäuschend, wie dieser Scheiß. Ja, Bummelanwerfer. Oh Gott, du gehst mir auf den Nerven, du Pisser. So, an der Wand gibt es wahrscheinlich nichts. Ich will es gar nicht austesten jetzt gerade. Hoffentlich gibt es da nichts, weil ich das Gefühl habe, dass ich wieder sterbe. Hier gibt es nichts, hier auch nicht. Die Wolke ist aber cool. Die hilft mir so sehr weiter. Ja, ja, ja. Oh nein, hoffentlich kommen die nicht noch. Die kommen. Oh Mann. Jetzt sind die auch noch unten. Oh Mann. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt springt der hier umher, oder was? ist weg. Ja, ich wusste, es ist beideutig, war klar. Da gibt es die Starcoin, hoffentlich ist die erste. Oh nein. verpiss dich ernsthaft, ich kann dich nicht leiden, das weißt du auch. So, gut. Hallo, auf geht's. Auf geht's nach oben. Wieso hörst du mich denn nicht? Okay, Spaß. So, meine Minute, die brauche ich ab und zu mal, meine einzige Minute, in der ich mal alles rauslassen kann. Was ich mir schon immer gewünscht habe, ja, 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 ne Starcoin, oh, das war die zweite, fuck, okay, nicht Spaß, ich bin so witzig, wie die hier rumhüpfen, so lustig, ja, ja, gut, wo könnte ihr aber die erste gewesen sein, das ist eine gute Frage, das weiß ich leider nicht, kann ich leider nicht sagen, ich würde sagen, ja, das Level jetzt beenden, wäre nicht so schlau, aber, komm schon, nimm das, ja, 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 nice, gib mir das, verpisst euch alle, Mann, ich glaube, ich weiß, wo das, wo die erste Starcoin war, ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber, ja, da unten ist etwas, da unten ist auf jeden Fall etwas, also kommt schon, das kann mir keiner sagen, naja, das kann, das bringt nichts, na, auch nicht, muss jetzt da, und nach unten springen, und, oh, ach so, oh man, ach so, was, hui, oh, da oben, oh mein Gott, ach so, fuck, nein, 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 diese, ich finde ganz ehrlich, die Bummelang-Brüder sind die allerschlimmsten, das sind die allerschlimmsten von allen, Mann, also, die kann ich ja mal gar nicht leiden, so, ja, genau, alles wird gut, gib mir das, ohne getroffen zu werden, bitte, jetzt wissen wir wenigstens, wie da hinkommen, wir müssen gar nicht, äh, scheiße, scheiße, oh, okay, so, Münzen, 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 wow, 25 Münzen, da kommen wir durch sowas, am besten ist es, wenn wir ihn gleich so töten, ja, nice, bleib hier, bleib hier, ich bin auch nicht angewiesen, wow, diese Wolke ist echt, also die, oh, aufpassen, ich will hier oben bleiben, oh, zum Glück war es keine Danke, hätte er jetzt auch schon gedacht, what the fuck, okay, das war die zweite, das heißt, wir können das Level ganz normal beenden, aufpassen, aufpassen, geht's da rein, ne, da geht's nicht rein, gut, da können wir das Level jetzt ganz normal beenden, oh nein, nicht du schon wieder, was, oh, wie sind die denn, bitteschön, oh mein Gott, oh, oh mein, nein, dieses Level ist echt hart, Gott, dieses Level ist hart, diese Bumerang, Brüder, die gehen mir so auf den Pisser, ernsthaft, unglaublich, unzüglich, unwillkürlich, so, mir egal, so, rein geht's, ja, ich hab dich abgewährt, man, oh, aufpassen, ernsthaft, aufpassen, das ist kein Scherz, diese Brüder sind nicht mehr normal, ich kann die auch einfrieren, ich vergesse das immer, ne, dass ich eigentlich so alles einfrieren kann, oh, cool, ein Stern, yay, bleib hier, bleib hier, so, jetzt wollen wir es, das Level beenden, aber, so schnell wie möglich, am besten, so, verpiss dich, alter, ja, genau, schnapp an deinem eigenen Bumerang, so, wow, dieses, diese Bumerang, Brüder, das sind die allerschlimmsten Gegner, würde ich sagen, ja, obwohl, ja, doch, ich würde sagen, das sind die schlimmsten, auch die schlimmsten Brüder, allgemein, diese Brüder sind sehr, sehr stark, und sehr, sehr missgebotenmäßig, schnapp an sich, da unten ist sie ja, hab sie gefunden, hab sie gefunden, oh mein Gott, ich hab sie gefunden, nice, jetzt haben wir alle drei, und können das Level am besten, so schnell wie möglich beenden, weil ich keine Lust mehr habe, so, ich werde das Level nochmal mit euch beenden, und da wird der Part auch enden, so, jetzt haben wir sie auf jeden Fall, das ist 100%ig, haben wir die jetzt, weil wir jetzt die Halbzeitflage erreicht haben, zu dir brauche ich nicht mehr hochzugehen, die Loser, meine Aufmerksamkeit bekommst du nicht mehr, oh nein, da ist ein Stern, das ist nice, das nehme ich gerne mit, um ganz ehrlich zu sein, gib mir das, ich erweitere ihn, oh nein, ja, nice, erweitert, so, damit lässt sich das Level auch einfacher beenden, sehr schön, ja, erfolgreich, Erfolg ist das, was ich sehen will, endlich, meine Güte, puh, dieses Level war intensiv, meine Freunde, und dieses Level war intensiv, so, beim nächsten Mal geht es weiter, vielen Dank, für euch zu Ende schauen, tschüss, beim nächsten Mal, Vielen Dank.